Notruf, Gebäude brandt. In Ordnung. Was geht's? In Ordnung. Bin bereit. In Ordnung. Erwarte Befehle. Wird erledigt. Erwarte Befehle. Höre. Kein Problem. Sofort. Jawohl. Was geht's? Wird erledigt. Achtung. Eine Person befindet sich auf dem Balkon des brennenden Gebäudes in Gefahr. Wir sollten so schnell wie möglich das Drehleiterfahrzeug einsetzen, um sie in Sicherheit zu bringen. Also, wir sollten so schnell wie möglich das Drehleiterfahrzeug einsetzen, um sie in die Säule zu bringen. Sofort. 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 Sofort.